Dein Sohn. Er ist der Ursprung. Er schenkt abwechselnd in der einen und in der anderen Welt allen ihr Leben. Er hat lange auf dich gewartet. Und er wird es immer wieder tun. Du willst deinen Sohn zerstören und den Knoten mit ihm. Eva will, dass er lebt und muss dafür den Knoten aufrechterhalten. Sie kann nicht anders. Sie wird immer wieder alles dafür tun, dass ihr Sohn lebt. Alles, was Eva und du in diesem Knoten getan haben und immer wieder tun werdet, habt ihr aus Liebe getan. Okay. Sohn. 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 Sohn.